Guten Tag, 17 Uhr und eine neue Runde Clash of Clans mit mir, dem Fred und Matthias ist auch dabei. Genau. Ja, was haben wir heute vor? Wir machen heute eine Spezial-Challenge, das heißt, wie ihr das vielleicht aus einigen Sportsachen kennt, Best of 3. Das heißt, 3 Punkte gibt es maximal zu holen, 1 Punkt für das meistgeklaute Elixier, 1 Punkt für das meistgeklaute Gold und 1 Punkt für die meisten gewonnenen Trophäen. Zeit, 10 Minuten, wir haben das jetzt natürlich schon vorbereitet, ihr seht es, die Truppen sind alle ausgebildet. Ich hab den Barbarenkönig mal gepusht, meine Queen ist ja leider noch im Tiefschlaf, die ist noch im Upgrade-Status. Und dann würde ich sagen, Stoppuhr kann ich jetzt gleich mal anmachen und dann würde ich sagen... Ja, ich gucke auf den Nier einfach. Ja, ich kann dir das ja auch sagen. Ja. Also bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also natürlich jetzt ein bisschen härter, ne? Drei Sachen auf einmal, das wird schon eine herausgekommen. Müssen wir gucken, dass es irgendwie klappt, ne? Ja gut, würde ich sagen... Und wie gesagt, es zählen nur Sachen aus den Angriffen, also nicht irgendwie aus den Minen oder so. Ja, das war ja bis jetzt immer so. Ja, gar keine Ahnung. Also, start der Challenge in 3, 2, 1, los. Stoppuhr läuft, dann würde ich sagen... Ah, ich weiß nicht, auf was ich mich jetzt hier konzentrieren kann. Ja, das ist nämlich jetzt die nächste Frage, ne? Ich hätte jetzt gerade schon 31 Pokale holen können, aber das Problem ist, bringt mir ja nichts. Aber wie machen wir das denn mit den Pokalen, wenn du verlierst? Also sagen wir mal, du holst jetzt 8 Millionen Gold, verlierst aber dadurch 30 Pokale. Zählen die dann oder nicht? Ja, keine Ahnung, wie wir das gescheit machen können. Ich würde sagen... Alter, ich hasse diese verfickten Mauerbrecher, dass die überall Mauern kaputt machen, wo es überhaupt nichts bringt, ey. Ich würde sagen, es zählen nur die gewonnenen. Also es zählen die gewonnenen Pokale, weißt du? Und wenn du Pokale verlierst, ist das egal, weil sonst du kannst ja nicht alles machen. Ich kann ja nicht noch 100 Millionen Gold klauen und dann noch darauf achten, dass ich auch möglichst keinen einzigen Pokal verliere. Das ist unmöglich. Also wenn du Pokale dazugewinst, dann zählen sie. Aber wenn du jetzt einen Riesenraub machst und verlierst dabei Pokale, dann zählst du nicht, weil sonst irgendwann muss man auch mal eine Grenze ziehen, sonst kannst du es ja vollknicken. Alles klar, so machen wir es. Bin gerade schon dabei! Bin gerade schon dabei! Ich hasse Mauerbrecher, ganz ehrlich, die sind so dumm. Die sind so bescheuert. Sie sind so dumm. Ich hoffe mal, das ist jetzt eine halbwegs gescheite Taktik, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Naja, 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 naja. Könnte funktionieren. Könnte doch durchaus funktionieren, was ich jetzt hier vorhabe. Allerdings, naja, gut, Pokal-Technisch. Ich hätte mir vielleicht auch mal besser noch etwas... Ja, ich hätte mir mal ein paar Kobold mitnehmen sollen. Allerdings habe ich mir so gedacht, wenn du eh jetzt auf Pokale gehst... Naja, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz so schlau, ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen, was jetzt hier bei... Achso, ja, okay. Ja, ich habe jetzt quasi das mehr oder weniger auf Pokale ausgerichtet. Ich habe jetzt nicht so ganz so viel... Alter, greift doch das Kack-Rathaus an ihr Ochsen. Ja, okay. Mal ein bisschen herrheffen. Macht dieser Schadenszauber eigentlich auch meine Truppen kaputt? Nee, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die da auch von einer auf den Sack kriegen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt gerade ziemlich viel... Ja, weiß ich nicht. Ziemlich viel Zeit verliere eigentlich. Mit irgendeiner Scheiße, die eigentlich total unsinnig ist gerade. Ja, bei mir auch. Mir geht es gerade auch irgendwie in die Box. Ja, es geht schon, aber... Ja, weil das ging schon damit los, dass die Mauerbrecher dann morgen kaputt machen, wo ich überhaupt nicht durchlaufen will. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich mache... Das sind zwei Mauerreihen nacheinander. So mit Abstand ein Gebäude dazwischen. Der Vorteil ist, jetzt habe ich zumindest alle meine Truppen verschwendet. Ja, genau. Ich nämlich auch. Das müsste eigentlich... Das müsste ja eigentlich reichen. Ende. So. Das war zwar schon mal ein Plus bei allen Sachen, aber... Ja, Pokaltechnisch war das jetzt bei mir nicht so ganz das Geilste, aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier noch... Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder etwas tricksen. Ihr kennt das ja, ne? Ihr macht wieder Revanche. Ne, 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 ne. Das bringt nichts diesmal. Bei mir auch nicht, weil die nämlich immer alle online sind oder so. Ja, dann habe ich halt die ganzen... Ja, gut, dann habe ich voll viele Pokale, aber... Ich gehe, glaube ich, lieber auf Ressourcen, weil dann habe ich wenigstens hinterher noch was davon. Weil wenn ich jetzt 100 Pokale gewinne, das bringt mir gar nichts, weil ich eh nicht hoch will von den Pokalen unbedingt. Wie auch bist du denn mittlerweile? Das heißt, 1665. Also quasi wieder 1000 runter ungefähr. Weil es das einfach nicht gelohnt hat, da oben. Ich wollte ja nur die 1000 Juwelen haben. Ja, ach komm, was ist das Arschlecken? Ich pushe jetzt die nächste Kaserne auch noch. Jetzt habe ich alle vier gepusht, jetzt geht es ein bisschen... Ah, was? Ist egal hier, scheiß Juwelen. Ich habe ja die vier Bauarbeiter-Jogis schon. Ja, ihr seht das ja wahrscheinlich diesmal ein bisschen anders. Diesmal... Ach, die dunkle Kaserne habe ich gepusht, okay. Dieses Mal haben wir ja quasi aus beiden Perspektiven, ne? Quasi unten rechts immer jeweils der Aktive und oben links das kleine Fenster. Das könnt ihr dann auch noch... Ja, könnt ihr dann auch die andere Perspektive dann nochmal sehen. Oh, gut, mir fehlen nur noch 30.000 Elixiere, dann kann ich mal meine Mauer brechen. Ein bisschen upgraden. Das ist ja auch nicht verkehrt, weil die Yogis ja auch nicht immer die schnellsten sind, beziehungsweise die cleversten. Dann kann man dann auf Level 4... Machen die immer genau die Mauern kaputt mit dem Level auch, oder was? Ne, weiß ich gar nicht ungefähr, wie das funktioniert. Warte mal, wie war das denn nochmal? Na ja, ich weiß nur bei mir, meine machen bis Mauer 8. Mit einem... Also für Mauer 8 brauche ich zwei Stück. Ah, okay. Welches Level hast du? Fünf. Okay, ich habe vier. Also dann habe ich vier, wenn ich das jetzt starte gleich mal, wenn ich noch 30.000 Elixier verdiene sozusagen. Ich gucke einfach schon mal rum, aber das ist auch blöd, mit so einer halbgaren Armee hier schon mal zu gucken. Dann finde ich nämlich immer, das hatte ich ja das letzte Mal auch schon. Dann habe ich schon mal gedacht, komm, mit so 15 Bogenschützen kannst du ja schon mal gucken, wenn irgendwo ein bisschen was rumpümmelt. Und dann habe ich irgendwas gefunden, wo ich dann wirklich was hätte reißen können. Wenn ich mal eine komplette Truppe, Truppen sozusagen gehabt hätte. Das war gerade auch wieder gar nicht mal so schlau. Das wäre mir ein bisschen ärgerlich. Boah, es ist schon fünf Minuten rum. Wie hier zum Beispiel jetzt. So wie hier zum Beispiel jetzt. Das ärgert mich jetzt natürlich schon wieder. Könnte eine knappe Kiste werden. Es könnte eine knappe Kiste werden, Leute. Das bringt mir jetzt nichts. Ich muss erst nochmal aufhören. Ah, ich habe eh Connection lost. Gut. Aber das geht ja immer relativ fix, bis man hier wieder bei ist. Der Klassiker. Boah, ich habe keine Truppen. Request. Mal gucken, was wir hier noch so bekommen können. Ich habe es nämlich auch schon... Meine schönen Juwelen, alle weg. ...gefordert eben. Meine schönen Juwelen, alle weg. Alle weg. Und gerade mal 62 Truppen fertig, Alter. Du sollst bitte Danny09 besuchen. Ja, der Sonny-Jung. Dann habe ich jetzt meine Pflicht erfüllt und es dir gesagt. Ja, am besten fragt noch jeder aus deinem kleinen Einzelnen an. Ja. Ach, Mann, das ist... Kann ein guter hier irgendwie was oder wie oder was? Oder we're the what? Was denn? Ja, ich habe da geschrieben, die sollen mir irgendwas ab Level 5 spenden, damit ich die Challenge gewinnen kann. Aber jetzt hat er geschrieben, ob das auf Level 4 geht. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Level 4 Bogenschützen, die ich selber... Ja, der Feinde herstellt wieder Ansprüche hier. Level 5 Bogenschützen, Level 4... Archer... Ja. Ist ja... Also Level 4 und Level 5 Bogenschützen habe ich jetzt gekriegt. Super. Ach, das ist scheiße. Imaginierte Base. Könnt ihr eure Base nicht mal richtig bauen, dass ich da gescheit zuschlagen kann? Das gibt's auch nicht. Ich war bisher noch nicht so effektiv, muss ich sagen. In welchem Bereich? In allen. Ich habe zwar überall jetzt ein bisschen, aber so wirklich hier... Na, das lohnt auf oder nicht? Ich muss mal... Ein so ein Glückstreff. Zwischendurch habe ich immer so Glückstreffer dabei. Ja, nur das Problem ist, ich hatte jetzt schon einen, der gar nicht mal so schlecht war eigentlich. Allerdings dann... Abstriche gibt's dann halt immer. Dann hast du halt nicht so viele Pokale, ne? Ich hatte eben was mit Bogenschützen. Da hatte ich mit 70 Bogenschützen... Da habe ich von jedem 200.000 gewonnen. Aber das war halt, bevor ich... Bevor wir die Challenge gestartet haben. Boah, dieser hier wäre auch so göttlich gewesen zum Angreifen, aber... Sind natürlich die Truppen überhaupt nicht fertig. Das ist natürlich auch wieder geil. Der müsste auch die Truppen bei den... Während er die Angriffe durchsucht, muss er auch die Truppen mal aktualisieren. Das wäre viel besser. Der müsste vor allem mal, wie bei Boom Beach, die Truppen, die man nicht verliert, nochmal wieder zurück ins Lager schicken. Ja, genau. Das wäre geil. So. Langsam ernährt sich das Fredhörnchen. Würde ich mal sagen. Alter. Gibt's da nicht. Es dauert, es dauert, es dauert. Aber es ist die Frage, ob der eine Angriff von ihm gereicht hat oder nicht. 120. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch warten. Jetzt sind wir bei 7 Minuten 55 jetzt und... Wenn man es darauf anlegt, findet man auch nichts. Das ist echt unter aller Kanone. Ich finde schon, aber es braucht ja voll lange, bis ich überhaupt mal fertig bin und mal angreifen kann. Ja, Gold. Da komme ich aber nicht dran. Weil die Mauerbrecher wieder nicht zielen können. Die schießen da alles andere kaputt. Geil wäre auch, wenn man sich die Juwelenkisten krallen könnte, die bei den anderen rumstehen. Tja. Ich habe auch schon lange keine mehr gehabt. Ich hatte auch erst 9. So. Truppen sind aus. Ja, die sind... Es dauert alles viel zu lange, bis die Truppen mal fertig sind, ey. Da-da-da-da. Ich habe mit 142... Bei mir mit den gepushten Dingen geht es jetzt. Aber irgendwie komme ich hier... Jetzt finde ich natürlich wieder keinen Gegner. 200.000. Aber die sind doch alle zu stark schon wieder. Also wir sind jetzt bei 8 Minuten... 40. Ich gehe nochmal nach Hause. 40. Ich bin jetzt alle Truppen dabei. 8.40. Ich werde jetzt bis 9 Minuten 20 warten. Und dann werde ich doch mal einen Tutti-Frutti-Angriff starten. Warte mal hier. Da können wir doch noch einen machen. Nein! Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch mal was kommen. Jetzt habe ich gleich wenigstens auch mein ganzes dukles Elixier verbraten. Ich warte jetzt auch irgendwie auf den Knaller. Ah, guck mal. Das sieht doch gut aus. Aber das ist auch wieder... Soll ich das jetzt einfach machen? Was haben wir denn jetzt hier? 162. Ja, das scheiße. Das wird... Ich warte jetzt noch wirklich noch 10 Sekunden und dann... Die Sachen sehen relativ voll aus. Ihr wisst, die beiden Schweine fertig sind. Los! Macht fertig. Hier unten mit Bogen. So, jetzt muss ich hoffen, dass wir noch... Mal gucken, was wir hier noch so abreißen können. Im Glückstreffer landen. Wo ist denn das Kackgold? Ach, da. Da kann ich mal gucken, ob ich hier nicht... Vielleicht habe ich ja mal Schwein und komme da mal mit so einem Bogenjogi... Mit so einem Mauerbrecher... Nennt, aber die Teil ist gleich vorbei. Ja. 20 Sekunden noch. Ich bin jetzt... Boah, jetzt finde ich nichts. Jetzt finde ich hier nichts. Ich will da noch aufs Lager. Komm, komm, komm. Geh da durch. Geh da durch und hau noch das Lager kaputt, bitte. Alter, das darf nicht wahr sein. 10 Sekunden noch und ich finde keinen Gegner. Oh, doch, hier haben wir einen. Ja, toll. Muss ich halt schon irgendwie angreifen. Ich guck mal, dass ich hier noch vielleicht die Bokade kriege. Ich habe jetzt noch im... In meiner Verzweiflung habe ich jetzt gerade noch einfach nur eine Truppe gesetzt, damit ich diesen Angriff noch machen kann. Auch wenn ich den wahrscheinlich überhaupt nicht gewinnen kann und auch... Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Das ist relativ hoffnungslos eigentlich, weil das auch noch eine Anti-Schweinereiter-Base ist. Also, ich habe Schweinereiter und ich kann überhaupt nichts machen. Ah, gut. Das ist natürlich bitter. Ich hoffe, dass ich jetzt noch da... Schieß doch mal auf die Gold-Mini, Jogi. Schlech, kack doch auf die Kanone. Echt, ey. Links. Jetzt. Ja, gut. Komm, noch ein bisschen. Komm, mach, 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 mach. Mach, mach, er. Ja, genau, so. Ja, ich würde fast sagen, das war's. Jetzt haben wir denn was gewonnen. Ja, einen Stern haben wir. Okay, das Radhaus ist kaputt. Die drei Mauerbrecher, die sparen wir uns jetzt. Die bringen nix. Okay, das war schon mal noch ganz gut. Da habe ich im Endeffekt nur zwei Angriffe durchgekriegt, aber gut. Bist du fertig, oder was? Nee. Meine Schweinereiter sind hier noch unterwegs. Okay. Allerdings, ja, muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier noch was reiße. Also, ich bin doch dabei, sagen wir es mal so. Ja, ich gucke. Mit etwas Wohlwollen und mit etwas Spucke kriege ich hier vielleicht noch was raus. Ich hasse das, wenn die so falsch laufen, ne? Dass es Fälscher schon nicht mehr geht. So, ich baue jetzt erstmal meine... Ja, doch, die gewinne ich. Ich jetzt live Zeuge, wie ich meine Mauerbrecher auf Level 4 erhöhe. Die gewinne ich, die Challenge. Die gewinne ich. Die gewinne ich. Aber bin ich seit fünf Challenges ungeschlagen? Ach, Monster. Monster! Ich habe, glaube ich, eine verloren, oder? Nee, mehrere hast du verloren. Die ersten beiden plus die... Du hast die meisten verloren, glaube ich. Ich habe die Imbarbe-Siege... Nein, ich habe zwei, glaube ich, verloren und danach immer gewonnen. Nee, nee. Auch die von der einen... Ja, die einen habe ich halt nur gewonnen, weil wir ja nicht festgelegt haben, dass die Verlorenen auch zählen, ne? Boah, das ist mal geil. Jetzt habe ich... Die Challenge hat sich zumindest in dem Sinne mal gelohnt, dass ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Ressourcen gekriegt habe. Ey, das macht so einen Unterschied, in welcher Liga du farmst. Das ist unglaublich. Wenn ich mit Rathaus 9, wenn ich in Gold 1 farme, finde ich nix. Ich habe gar keinen Bauarbeit mehr, okay. Wenn ich in Gold 2 farme, gewinne ich alles. Oh, ich schaffe sogar noch 100%. Ich gehe kaputt, ey. Das hat sich echt mal gelohnt. Ich bin gleich wirklich mal auf die Statistiken gespannt. Ja, ein Dank an den Drachen auf jeden Fall. Ich rechne bei mir schon mal eben zusammen. Lieber Justus, Dankeschön, dass du mir den Drachen gegeben hast. Finde ich gut. Ja, warte, ich schnappe mir mal eben meinen Zettel und schreibe zumindest dann schon mal für Gold, Elixier und Pokal auf. Ach, naja, ich habe insgesamt plus 18 Pokale. Das ist schon mal nicht so viel. Ich breche das jetzt mal eben ab. Das ist schon mal. Boah, der war geil. Der war mal geil, der Angriff. Zwar das dunkle Elixier verbraten, aber ist egal. So, jetzt gucken wir mal nach. Mal eben Rechner der Tasche geschnappt. Sag noch nix, sag noch nix. Rein, fack. Nein, fack. 4, 1, 5, 1. Was haben wir jetzt hier noch? Das war der erste 1. Noch nicht sagen. Ich runde es mal ab. Also, ne? Sonst ist mir das zu aufwendig jetzt hier wirklich noch. Das Ding, das wird ja wohl nicht auf irgendwie Nachkommastellen oder so ankommen. Äh, plus das. Plus, also. Ja, ich habe nicht so viel. Ruhe. Es könnte, ich glaube, es gibt einen Whitewash. Warte. Warte. Nehmen wir noch die Pokale. So. Ich bin fertig. Was hast du an Gold? Äh, 254.977. Da habe ich 384.000. Was hast du an Elixir? 152.000. Da habe ich 260.000. Und 18 Pokale. Und Pokale. 28.000. 28 Pokale. Ja. Ja, ich hatte zwei geile Angriffe. Ich hatte mit dem ersten Angriff 161.000 Gold und mit dem zweiten 219.000. Ja, und ich hatte gar nichts. Ich habe doch vier. Wie viele Angriffe hattest du denn? Zwei. Aber ich kann mal gucken. Angriffe hatte ich auch in dem Sinne zwei richtige. War denn das mit meinen Bogenschützen? Ach, das muss ja hier gewesen sein. Ah, ich habe falsch gezählt. Ne, was habe ich denn geguckt gerade? Ja, genau. Ne, doch nicht. Ich habe doch nicht falsch gezählt. Plötzlich hat er noch 8 Milliarden Gold geklaut. Ich dachte, ich hätte bei Defense Lock geguckt. Und da hat es zusammengezählt. Aber guck, hier, das ist zum Beispiel mein Angriff. Da hatte ich mit 72 Bogen. Schützen 191.000 Gold und 143.000 Elixir. Ja, du kannst gehen. Ja, Leute, würde ich auf jeden Fall sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Challenge Sieg für mich heute. Und wenn es mir gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ihr könnt auch dann beide Videos euch angucken. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.